Die Jobsuche bereitet dir gerade in diesen verrückten Zeiten große Schwierigkeiten? Mir ging es genauso, denn zu einer erfolgreichen Bewerbung gehört viel mehr, als ein Anschreiben aufzusetzen oder seinen Lebenslauf schick zu machen. Du bist Hochschulabsolventin oder in den nächsten drei Monaten fertig mit dem Studium? Du bist arbeitssuchend gemeldet oder beziehst Arbeitslosengeld 1 oder 2? Dann haben wir hier genau das Richtige für dich. Wusstest du, dass du von der Agentur für Arbeit einen Gutschein erhältst, der dir ein kostenloses Coaching bei uns möglich macht? Gemeinsam schauen wir uns deinen Lebenslauf und deine Qualifikationen an. Wir helfen dir dabei, deine beruflichen Ziele abzustecken und bereiten dich auf das Bewerbungsgespräch für deinen Traumjob vor. Die Agentur für Arbeit beträgt dabei 100% der Kosten. Unsere Coaches sind erfahren, zertifiziert und international aufgestellt. Wir sind ein junges Team, das deinem persönlichen Karriereweg auf die Sprünge helfen will. Zögere also nicht, uns zu kontaktieren und buche jetzt dein erstes Coaching.